Hallo, hier ist der Marco Berchtold vom Grazer AK und mir persönlich ist Sport sehr, sehr wichtig. Neben meiner beruflichen Tätigkeit ist es natürlich auch sehr wichtig, den Kopf freizukriegen, einen Ausgleich zum beruflichen Alltag zu schaffen, gesund zu bleiben, fit zu bleiben, die Natur zu genießen und natürlich zählt es nicht nur die professionelle Einstellung, sondern auch spazieren zu gehen, Radfahren zu gehen und auf seinen täglichen Bedarf zu achten, das Herz-Kreislauf-System aktivieren. Darum ist mir Sport einfach sehr, sehr wichtig. Ich bin beim Sportjahr 2021 dabei. Let's go!